Drei Was passiert hier? Professor Ente! Was? Was? ROCK Leute! Oh! Oh Gott, gehts Euch gut? yyeaaa Was war das? Oh Gott, Alter ich bin im Wasser! MENJE! Hilfe! Komm still her! W Divine, wurdest Du denn weggeschleudert? Wie ganz? Hier habs überall explosionen! Junge, Evil Professor N ist sieben Meter groß. Oh Gott, was ist mit dem passiert? Alter Schwede. Okay, Party Squad. Manu. Was ist das? Hier, ich habe von Evil Herr Bergmann noch eine Soldatenschutzweste. Und du kannst meine Empire haben. Zusammen mit ein paar Magazinen. Ich nehme hier die Duster Wing. Alter Schwede. Mehr bitte? Ich habe leider nicht mehr. Haben wir irgendwas zum... Ich habe leider nur Sticks zum Schlagen. War jemand schlau genug und hat irgendwelche Waffen mitgenommen? Ja. Was? Sandy, nein, ich habe ein paar Seiten dabei. Ja, sauber. Hier, ja, mannschwerter. Meins, Blut. Erster. Nein, ich habe nichts bekommen. Ja. Ihr solltet Candy auch eins geben. Ja, hier. Ich habe keins. Und? Ach da, jetzt habe ich eins. Oh, ein Schnitter. Nein, ich möchte keinen. Okay, Leute. Wir müssen jetzt Evil Professor Ente in die Heiligen Jagdrunde schicken. Seid ihr alle bereit? Ich lag gerade nach. Okay. Freedom Squad. Auf, frei. Angriff. Ich kann nicht zählen. Du hast nicht gezählt. Angriff, Angriff. Alter Schwede, wie weit... Jo, jetzt ist er da hinten auf dem Dach auf einmal. Oh Gott. Jo, ist der da hoch? Oh, was fliegt denn da auf mich zu? Oh Gott. Oh Gott. Zombie, vorsichtig. Ich merke schon. Wir müssen irgendwie aufs Dach. Ich springe hier hoch. Ich bin schön weit weg. Ich bin schön weit weg. So, zack. Okay, ich sehe ihn da oben gar nicht. Ich gehe weiter hoch. Wo ist der hin? Ach, da ganz oben. Weiter, weiter, weiter. Oh Gott, da hinten ist noch die Titanic. Oh Gott. Junge, der hat 5000... Oh Gott. 5000 AP. Nein, noch 4600. Oh Gott. Alter, der macht aber auch Damage. Schießt er gerade auf... Oh. Ich schieße ihn an die ganze Zeit. Okay, perfekt. Ich versuche ihn mal ein bisschen mit dem Schnitter zu hitten. Er geht aber auf dich. Pass auf. Oh, warte. Oh. Oh Gott, ich habe mir gerade ordentlich Falsschaden abgeholt. Ich gehe jetzt hier mal direkt ran. Junge, was ist das für ein komisches Schild hier oben? Oh Gott. Oh. Oh, deine Beine. Zack. Hilfe. Ein bisschen Steak. Ok, ok, direkt weiter drauf da. Jo, ich flanke ihn. Ich baller ihn da ordentlich weg. Der flüchtet schon wieder. Ok, vorsichtig. Wow. Ich bin fast tot. Zwei Herzen noch. Ok, dann zieh dich ein bisschen zurück, Manu. Zieh dich... Oh Gott. Oh, da geht es auf einmal runter. Ich gehe auch ein bisschen weiter weg. Oh nein, oh nein. Wollte er mich jetzt getroffen. Ok, ich gehe wieder ein bisschen in die Offensive. Ich treffe den aber auch nie, wenn ich... Ich muss da wesentlich näher dran. Oh. Oh. Da ist mein Eichenholz. Gehe ich hier direkt hoch. Ist er immer noch da oben? Ja, er ist da oben. Ok. Oh. Hier ist unser Ende, Alter. Ah, hier kann ich keine Blöcke setzen. Jetzt können wir genau in seinen Kopf rein zielen. Ah, ich sehe ihn. Oh, hier wäre ich beinahe runtergelückt. Er kommt schon. Jetzt aber... Ah, jetzt treffe ich ihn. Jetzt taggele ich ihn an die Wand. Wow. Zombie, bist du noch da? Zombie, alles gut? Ja, alles klar. Hey, wo ist Candy? Ich muss ganz kurz was essen. Wie viel AP hat er noch? Candy ist gerade hochgeflogen. Candy. Candy, geht es dir gut? Candy, nein. Ja, okay. Ich lebe noch. Ich sehe ihn gerade auch nicht. Ich versuche mich jetzt hier irgendwo hochzubauen. Ich habe aber keine Blöcke mehr. Ich glaube, irgendwo auf dem Dach. Nee, ich weiß, wo er ist. Er muss da... Oh, wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß nicht. Nur falls... Man kann doch über die Dächer. Oh Gott, ich falle hier die ganze Zeit immer runter. Ich sehe ihn auch gerade nicht. Ist er geflüchtet? Er ist dahinter irgendwo. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Ja, warte, dann versuche ich mal hier... Ich folge dir mal, ich folge dir mal. Warte mal, sonst gehen wir außen rum. Ich glaube, hier vorne geht es noch längs. Ich habe leider kaum noch Blöcke. Wir bräuchten irgendwie Holz. Ach, warte mal. Ich habe ja noch 32. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viele Brote. Äh, Brote. Nicht Brote. Ja, warte, ich kann mich hier... Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wo ist er? Er ist direkt hier oben. Bei mir. Oh Gott, oh Gott. Oh, genau. Schieß ihn runter, schieß ihn runter. Weil er ihn richtig schön, dass er hier runterfällt. Er springt nicht gerade weg. Sekunde. Schieß ihn runter. Ja, warte. Go, 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 man hier. Sauber. Ja, siehst ihn. Okay, ja, er ist direkt vor uns. Vorsicht, Zombie. Ja. Minuten kommen wir kurz her. Oh, hier geht es komplett runter. Was ist los? Ich habe ein Lager mit Steinen gefunden. Oh, vorsichtig. Wir sollten vielleicht... Klappenswort gesprengt. Warte mal, ich gehe hier direkt. Oh Gott. Ich flankiere ihn. Oh, Leute. Alter, hier sind richtige... Genau, komm wieder vom Dach runter. Ich versuche ihn wieder auf die Insel zu bringen. Okay. Ich flankiere ihn. Aber ich muss gleich nachladen. Okay, da an dem Baum können wir ihn perfekt festtackern. Hab nachgeladen. Oh Gott. Oh. Ich fühle mich was runtergefallen. Alter Schwede. Hi, ich sehe ihn. Ja. Das Schwede ist mir beide in die Hose gegangen. Komm, Menjul. Ich muss kurz... Ich esse ganz kurz was. Oh, hoffentlich gibt es jetzt keine fette Explosion über mir. Ah, ich bin da. Okay. Oh Gott. Hier musst du echt vorsichtig sein, weil der eine da... Boah. Was hat er denn noch für Waffen? Junge, er ist friggen wie die Mutter der Evolution. Aber ich treffe hier nicht, weil ich auf der Leiter stehe. Ich habe keine Munition mehr. Okay. Das ist problematisch. Dann nimm den Schnitter. Dann müssen wir mit dem Schnitter... Ich kann ihn runterballern. Okay, dann macht er es. Oh, jetzt ist es perfekt. Dann probieren wir jetzt einfach mal mit dem Schnitter ein bisschen Damage zu machen. Ja, dann hier an der Seite. Oh, 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 oh. Was jetzt? Oh Gott, oh Gott. Er ist in dir. Hilfe, Hilfe. Ah, da vorne. Okay, ich versuche auch ranzugehen. Jetzt kriegt der Kombo. Okay, ich versuche ihn einfach so ein bisschen... Oh Gott. Er hat nur noch 2600. Aber 2600. Okay, ich bin dran, ich bin dran. Ich hitze ihn auf jeden Fall die ganze Zeit gut. Aber er hat halt einfach so absurd viel HP. Oh Gott. Ich habe Anstrengung, das ist mal. Oh. Oh. Hallo, Zombie. Guten Tag. Was denn? Oh, ich bin da gerade runtergefallen. Ich habe den verstanden. Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe ja noch 17 Eichenholzbrenner. Ich glaube, die reichen. Direkt wieder nach oben. Ich schlag ihn. Ich schlag ihn, Manuel. Komm, Ibel, Professor Ente muss down gehen. Denn er darf uns nicht wieder durch die Hände labben in drinnen. Oh Gott. Ich bin im Wasser. Okay. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Eschi ist hier runter. Was ein Trottel. Jetzt wäre eigentlich perfekt viel Duster geworden. Oh Gott. Oh, ich bin ins Wasser gefallen, Leute. Ich habe ein Herz. Ich auch. Ich auch. Hallo, man. Wie kommen wir hier raus? Hier drunter. Hier drunter. Sicher? Ja, wir müssen nur einmal rumgehen. Guck mal, ins Wasser. Oh, hallo. Illuminati. Ich bin auch wieder gefallen. Candy, Candy hast du ihn? Candy macht das ohne uns. Candy, weißt du, weil die ist eine fäsche Frau. Die weiß einfach, sich zu wehren. So muss er sein. Sag, ich höre zumindest Schüsse und noch Explosions. Hier geht's noch. Kann er was essen? Wie viel hat er noch? Er hat nur noch 1500. Okay, dann haben wir ihn im Wald. Okay, ich kann jetzt, ich habe auch, glaube ich, nur noch, ich glaube, das ist mein letztes Magazin. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drei Herzen, drei Herzen. Junge. Dabei bin ich aber auch null ausgewichen. Oh Gott. Es tut mir leid. Ich habe einfach ein bisschen, ein bisschen wenig Frames. Aber es gibt, hier ist einfach so viel los. Wir haben ihn bald 900. Nicht schämen. Dreieinhalb. Gott sei Dank. Ich muss ganz kurz mich ein bisschen zurückziehen und reggen. Ja, ich auch. Ich kann nochmal aus der Ferne ein bisschen draufballern. Er hat nur noch 600. Oh Mann ey. Geh ich da jetzt risky frisky? Aber hier könnte ich wieder runterfallen. Ich sag dir, wenn er wenig hat, dann kannst du draufgehen. Okay. Geh ich jetzt hier so ein bisschen zu hinten. Der hat noch vier. Oh. Reicht das. Was war da denn los? Er hat noch 200. Ein Herz. Ich habe ein halbes Herz. Er darf mich nicht weiter attacken. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. 100. 140. 130. Sauber, Leute. Evil Professor Ente ist down. Ja, war easy. War easy. War auf jeden Fall easy. Leute, Candy, Zombie, wo steckt ihr? Zombie, sehr, sehr gute Arbeit. Oh, guck mal, was ich bekommen habe. Was denn? Ein seltenes Item. Manu, niemand will diese Kotze. Doch, Zombie ist die. Ja, lecker. Candy, auch an dich. Saubere Arbeit. Hast du wirklich richtig gut. Oh. Cool. Oh. Ich habe da ja so ein paar Informationen, Daniel. Aber ich mische mich da nicht ein. Ich habe genügend Herzschmerz zu verkraften. Leute, wir haben es geschafft. Evil Bergey down. Evil Professor Ente down. Jetzt müssen wir uns wieder auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. War das nicht alles? Gegen Xaroth. Nein. Nein, das ist immer noch Priorität Nummer 1. Und es ist wichtiger. Deshalb, Freedom Squad, ab in die Bode. Es geht Richtung Heimat. Ach man, ich vermisse immer, wenn du sagst, Freedom Squad aufgeht, dann vermisse ich immer dieses Transformer-Geräusch. Ja, stimmt. So, ab in die Bode. Ich nehme lieber schnell hier vorne ein. Es ist wie bei Reisenden nach Jerusalem bei Mario Party. Alter, nachher kriege ich wieder kein Bode. Ja, ich habe gewonnen. Ich werde, ey. Ey, Freedom Squad. Der hat mich angegriffen. Meuderei. So, Leute. Ab Richtung Dorf. Freedom. Freedom. Matrosen. Da vorne. Land in Sicht. Land in Sicht. Wer steht denn da? Manu, du bist hier schön angekommen. Was ist denn mit Manu los? Und du stehst da auf Karma. Es ist Jesus. Ah, jetzt ist er da hinten. Hä? Manu, du warst kurzzeitig Jesus. Nein, ich kann nicht mehr stoppen. Oh Gott. Hä, was war das denn für ein komischer Bug? Keine Ahnung. Wir haben noch genug Boote. Vielleicht bin ich ein Hacker. Ach stimmt, wir haben ja hier. Ach Gott, die ganzen. Ja. Nicht schlecht, ey. So, wir müssen zu Edgar. Ach komm, jetzt regnet das hier schon wieder. Kann doch nicht wahr sein. Edgar. Das ist genauso wie in Köln. Ich meine, es sind momentan traumhafte Temperaturen. Aber, wenn es regnet, dann ist die Luft sowas von schwül. Und es ist einfach nur ekelhaft. Ekelhaft. Ist Edgar hier? Ja, Edgar heim. Jetzt hat er es teleportet. Wo ist Edgar? Edgar heim. Na, du kleine Fratz. Hey Palle, wie lief eure Mission? Sehr erfolgreich. Wir haben GLP befreit. Burgi und Evil Ente eliminiert. Sehr schön. Ich bin sehr stolz auf dich und dein Team. Dankeschön, Edgar. Ohne GLP wäre der Kampf gegen Sarod wesentlich schwerer. Wie sehen denn jetzt unsere jetzigen Pläne aus, du der alter Edgar? Das erkläre ich dir morgen. Ruht euch jetzt erstmal ein wenig aus. Es waren sicherlich anstrengende Tage für euch alle. Das stimmt, Edgar. War schon ein bisschen anstrengend. Ich bin ein bisschen müde. Du bist müde? Ja. Ich bin nass. Ich bin kalt. Und ich habe Hunger. Wie kann dir denn kalt sein? Du hast den besten Schal der Welt. Das stimmt. Also ganz, das ist der patentierte. Den hatte auch den Skin, beziehungsweise den Schal, den hat Burgi mal gepixelt, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er den gepixelt hat. Also selber. Aber der stammt noch aus dem Adventskalender von damals. Der jetzt auch schon... Also den, den du anhast, oder? Ja, genau. Ah ja. Das ist die, ist nicht mehr die aktuellste. Boah, ich habe ja so viel Müll noch drin. Leute werden wieder, die werden mich kreuzigen. Die haben alle rote Augen. Hörs? Wer? Wo? Die vom Kommandant Ace. Ja, aber das sind, das sind... Ne, ne, die haben halt einfach rote Augen. Das sind gute Bros. Das sind gute. Das sind die Ritter der Eccarianer. Keine Angst, Candy. Alles, alles im grünen Bereich. Gibt es mein Gesicht eigentlich unter dem Schal gut? Dem, dem geht es so semi gut. Also, 100%ige Sehfähigkeit, die gibt es nicht. Unbedingt. Hallo, Sally. Na, du? So, Leute. Das war's mit heutigen Folge von Minecraft Freedom. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Würde mich echt freuen. Schaut unbedingt bei Zombie, German Let's Play und Candy vorbei. Alle drei sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Morgen um 14 Uhr geht es natürlich weiter. Haut rein. Ciao, ciao.